Ich bin Anette Zobel, Vorstand vom EduSharing Network. Das EduSharing Network ist eine Organisation, die IT-Entwickler verbindet, IT-Nutzer und sich für OER und Open Source einsetzt. EduSharing ist sehr viel und nicht leicht zu erklären. Einerseits ist es eine Software, es ist eine Vernetzungssoftware. Das heißt, wir nehmen vorhandene Open Source-Werkzeuge und bauen die Schnittstellen zwischen den Werkzeugen. Das heißt, wir haben eine Lernplattform wie Moodle, wie Ilias, wie OLAT, ein zentrales Repository, was auf Alfresco basiert. Und da bauen wir die Schnittstellen, dass man Contents zentral an einer Stelle gut verwalten kann, aber überall nutzen kann, ohne dass man immer die ganzen Inhalte erneut in den einzelnen Plattformen hochladen muss. Also neue Versionen im zentralen Repository heißt neue Versionen in allen angeschlossenen Systemen. Und diese zentralen Repository in einer Organisation kann man mit anderen Repositorien in anderen Organisationen vernetzen, um Contents auszutauschen. Einerseits um Privat-Content zu tauschen zwischen bekannten Freunden, andererseits aber auch unter eine freie Lizenz stellen, um sie dann öffentlich zu stellen und öffentlich auszutauschen. Das ist Edo-Sharing als Software. Und Edo-Sharing als Verein ist eine Gemeinschaft, die ähnlich wie der Ilias e.V. für das Ilias LMS oder der Stud-IP e.V. für das Stud-IP LMS eine Qualitätssicherung bietet, die Leute zusammenbringt zur gemeinsamen Entwicklung, die Weiterentwicklung plant, die Nutzer einlädt, mitzubewürgen. Du kannst einfach zu unseren Veranstaltungen, zu Thinktanks kommen und musst gar kein Mitglied dazu sein. Also das ist die einfache Möglichkeit. Wir wechseln jedes Jahr den Ort von unseren Veranstaltungen zu einer neuen Organisation. Zum Beispiel haben wir im HBZ, im Hochschulbibliothekszentrum von NRW, eine Veranstaltung gemacht, um Bibliotheken mit den E-Learning-Akteuren zu vernetzen. Und da kommt man einfach hin, setzt sich mit in einen Thinktank rein, macht schöne Konzepte. Und oft entstehen daraus Projekte und in den Projekten arbeitet man dann gemeinsam. Aber natürlich kannst du auch Mitglied werden und kannst dich halt richtig im Vereinsleben engagieren. Man braucht nicht noch eine Plattform und man braucht auch nicht noch ein Repository und auch nicht noch eine Lernplattform. Das ist genau der Ansatz. Wir wollen vorhandene Systeme verbinden und Edo-Sharing ist keine Plattform, sondern Edo-Sharing ist die Vernetzungstechnologie zwischen vorhandenen Systemen. Also die Idee ist, dass Hochschulen ihre Tools haben und auch ständig wechseln und innovieren und dass wir als Edo-Sharing-Technologie die Fäden dazwischen bauen, damit man die Contents zwischen den einzelnen Systemen austauschen kann. Und dass darüber eine Such- und Stöbern-Oberfläche ist oder eine Verwaltungsoberfläche, das verstehen wir nicht als Plattform, sondern das verstehen wir eigentlich nur als Schicht über den vorhandenen Systemen. Was ist das Problem? Also Edo-Sharing hatte seinen Ursprung in dem neuen Medien-in-der-Bildung-Programm von 2001 bis 2003. Dort wurde an der Bauhaus-Universität ein Metacron-Repository gebaut. Etwas später hat die Fernuniversität auch ein Repository gebaut. Und wir haben 2007 beide Repositorien weggeschmissen und haben gesagt, lasst uns gemeinsam ein besseres bauen. Und daraus entstand Edo-Sharing. 2010 war das Repository fertig, ging Open Source und uns gibt es noch. Also wir haben diese typischen zwei Jahre, die man überleben muss, nach Förderende überstanden. Und jetzt sind wir am sehr breiten Einsatz und wir haben sehr viele Partner, sodass das nicht davon abhängt, dass jetzt Fördermittel in Edo-Sharing reingesteckt werden, sondern das Edo-Sharing-Projekt finanziert sich aus den Anwendern. Unsere Nutzer in NRW, zum Beispiel die NRW Schul-Cloud, die hat Edo-Sharing als Repository Insight, die brauchen Lerninhalte. Das heißt, die NRW-Nutzer möchten gern, dass wir Inhalte erschließen. Das macht dort auch die Medienberatung. Und das Ziel ist, dass die dort erschlossenen Inhalte bis zu den Nutzern gelangen. Und das können wir über Edo-Sharing technisch realisieren. Also daher, wie kommen die OERs zu den Nutzern, das ist eine unserer Missionen. Und Edo-Sharing selbst fördert OER, indem wir den Nutzern eine Arbeitsumgebung geben, wo sie das machen, was sie sowieso gerne machen wollen, nämlich Contents verwalten, mit Leuten kooperieren, aber wo einfach auch so eine Lizenzierungsmöglichkeit da ist, dass sie auf einen Knopf drücken können und ich möchte es jetzt OER stellen. Und wir haben ein Drei-Stufen- oder Drei-Phasen-Konzept, um OER zu fördern. Die erste Phase ist Professionalisierung von Werkzeugen für die Lernten, damit die einfach bequemer arbeiten. Zweitens das Fördern von Zusammenarbeit in den Kollegien oder zwischen den Hochschulen, indem man Repositorien verbindet und Communities miteinander vernetzt. Und die dritte Phase ist dann immer weiter für OER Werbung zu machen und die Leute dazu zu bekommen, auf diesen Knopf zu drücken, ich mache es jetzt OER. Sharing is caring. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.